Es ist kalt, sehr kalt und in den kommenden Tagen wird Österreich noch einmal von einem Tief, nämlich einem Italien-Tief erfasst. Ab Dienstag kann es dann verstärkt wieder schneien. Die Temperaturen, die werden auch sinken, teilweise unter den Gefrierpunkt. Am Wochenende müssen wir zudem in weiten Teilen des Landes mit Nebel rechnen, mit langen Nebelphasen. Doch man kann etwas dagegen tun, so wie ich in wenigen Minuten. Dann werde ich hier beim Falkensteiner Hotel, diesem wunderschönen Ressort im Südburgenland in Stegersbach, das Mikrofon und den Pullover eintauschen. Und zwar gegen die Badehose und gegen einen schönen Bademantel. Und dann kann man hier nach Herzenslust ein bisschen schwimmen. Das sollten Sie unbedingt tun oder Sie genießen am besten einen Punsch am Wiener Christkindlmarkt oder sonst irgendwo, um diesen wirklich sehr unwirtlichen Temperaturen ein bisschen zu entfliehen und ein bisschen auch in Weihnachtsstimmung zu kommen. All das kann man machen, um dem kalten Wetter hier ein bisschen zu trotzen. Sollten Sie nicht die Möglichkeit dazu haben, dann bitte auf jeden Fall immer einen Schal tragen, dick einpacken, die Winterhandschuhe nicht vergessen. Und das Gute ist, in wenigen Monaten beginnt ja schon der Frühling.